. Von Zienazzi laufen. Und dann das 1 zu 0 durch Rohrbach. Das 1 zu 0 für Andri Piotta von der 4. Linie. Von Dario Rohrbach mit seinem zweiten Treffer im siebten Spiel. Zwerger mit dem Abschluss, Zurkirchen wieder mit dem Save. Michael Fora. Und da ist das 2 zu 0! Michael Fora. Mit seinem zweiten Saisontreffer. Mit seinem zweiten Treffer im Powerplay. Und das ist so ein starkes Powerplay gewesen. Dann Kubalik. Und jetzt ist es kein Offside. Und jetzt Kubalik mit dem ersten Treffer. Nach zwei Spielen ohne Scorerpunkt. Und mit der Entscheidung hier in der Balascha. Das 3...